Wir wollen jetzt nicht denken, dass wir nicht mehr einen Abschließkampf haben. Jetzt können wir das nicht sagen, aber wir wollen auch nicht denken, dass wir schnell wie möglich in diesem Abschließkampf rauskommen. Jedes Spiel ist für uns sehr, sehr wichtig und deswegen wollen wir einfach gute Leistungen abliefern, jedes Spiel. Wir können über den Abschließkampf lehnen, wenn das Saisonende ist. Wie gesagt, wir wollen jedes Spiel konsentrieren und wir wollen auch nicht über Tabellen gucken, sondern wir müssen einfach unsere Dinge durchziehen bis zum Ende. Jedes Spiel muss man Gas geben. Ja, wir haben sehr, sehr gute Trainingseinheiten immer wieder abgeliefert und das ist, ich glaube, unsere Basis. Und diese Vorbereitung zum Spiel, wenn wir das gut wie möglich machen können, dann sind wir auch Wochenende oder diese Intensivwoche dran. Und das haben wir im Spiel auch gezeigt und jetzt im Moment haben wir auch Leverkusen zu Hause gewinnen und dann haben wir auch viel Selbstvertrauen wieder. Und dann haben wir auch gutes Lockerheit ein bisschen, aber auch voll konzentriert und ich glaube, das haben wir uns gut getan. Und ja, also wenn man läuft, ist das auch gut. Und ja, der Trainer sagt auch immer wieder, was für uns ganz wichtig ist, dass wir diese Basis, das Lauchbereitschaft, Leidenschaft in das Spiel zu bringen. Und das haben wir die drei Spiele gezeigt und das haben wir, deswegen sind wir auch verdient und zum dreimal Sieg. Und ja, also diese Leidenschaft und Lauchbereitschaft und miteinander helfen oder so. Also Team, Leistung war absolut gut, also deswegen sind wir da diese Woche stärker.